So, wir kriegen das schon hin? So, ich krieg jetzt meine Pumpe, ja. Das ist aber ein Schluss hier, lass mich doch nicht verarschen hier. Was ist das denn? Zornessenz, ja, okay, 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 das ist auch nicht schlecht. So, wir haben hier grundsätzlich alles. Ja, dann gucken wir mal runter zu dieser... Zornessenz ist wichtig, ja. Aber wir gucken zur Teeplantage, ich muss da hinten rüberschossen. Oh Gott, gegen Feuer, ja, das ist mir egal. So, nachladen. Wie kriege ich eigentlich diese Zornessenz des Check-in-Une-Cards? So, gehen wir mal ein Stück zurück wieder. Wo ist er? Alter! Halt mit ohne Festum, Missgeburt. Man, hüpft wieder auf der Stelle, das hasse ich so sehr. Das ist so verbuggt manchmal, ey. Dass er auf der Stelle hüpft, das ist so ekelhaft einfach nur. Das ist richtig nervig. Das gibt's in keinem Game, ey. Na gut, bei Doom war's auch so scheiße, stimmt schon. Auf der Stelle hüpfen ist einfach lächerlich. Ich meine, macht mir ja niemanden freiwillig, ne? Kann man mir nicht erzählen. Wie, da komme ich nicht weg? Zieht euch das rein? Was ist denn mit der Drecksteuerung auf einmal? Kann ziehen, ja, aber da muss man doch wegkommen. Was ist denn das für eine Witze? Wieder! Und ich komme, jetzt komme ich weg. So, warum ging's vorher nicht? Ich frage mich, ehrlich. Drecksteuerung manchmal, echt. Das ist so widerlich. So, jetzt rechts mal, jetzt habe ich die Schnauze voll. Komm her. Wo ist er? So, kurzen Moment, Leute. So, haben nur was an der Maus gehabt. Oh, wir haben's. Wie mies. Aber er reicht, er reicht. Oh, der Zorn ist auch wieder aufklang. Giftige Sache, giftige Sache. Was ist das denn? Und wir kriegen wieder ein schlaues Sprüchlein. Und vor allem ganzes Mana. Was ist das denn mit dir? Verletzbar durch Feuer. Ja. Dann nehmen wir doch die MG. Okay. Okay. Was ist das denn? Ja. Dust ja. Dust ja. Dust ja. Dust ja. Dust ja. Was ist denn da? Was ist denn da? ja man muss halt schauen durch was sie verletzbar sind hat super geklappt hier muss eine kiste sein ich suche eigentlich so ein ambos denn dann könnte ich meine dinge da kombinieren das wäre so geil fast runter gehüpft versteckt sich da unten der scheißsaal nicht mit uns leute nicht mit uns so eine pisslappennelke so wir haben alle drei durchsucht jetzt durchsuchen den rest der gegner ok ich schau mal irgendwo in gegnerin sehe ich da ist was dämonen so wird jetzt einen schönen erschlag sind nur die zwei es geht da kommen wir noch mehr sowieso schaut so 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 Ich muss immer weiter zurückflüchten, aber man muss ja mal heilen. Ja, scheiße, dann liegen wir da. Boah, die Wichser werden immer so aus. Das ist so eklig. Wichser. Boah, Perserker-Modus aktiv, okay. Sehr schön. Boah, das war eine heiße Sache. Können wir das nicht automatisch nehmen? Das wäre ja nice. Das habe ich wieder voll. Sehr schön. So, wir sollen da hingehen. Einer ist nur da, ein Gegner. Und zwar, wo ist er denn da? Unten irgendwo. Die kommen schon noch auf. Nice, den ersten Hammer sogar. Richtig nice. Ist der andere? Muss genau hier sein. Hä? Achso, das wird nur so angezeigt. Okay, das ist dieses rote Zeug da. Okay. Hallo, Kaninchen. Hallo, Kaninchen. Oh, ne, 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 ne. Nein! Wieder runtergeflogen, wo? Geil. Ach, sowas liebe ich. Du gehst rückwärts und fliebst in den Dreck rein. Das ist scheiße so. Das ist einfach nur scheiße, sowas. Ja. 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 So, ist jetzt Ruhe. Sehr schön. Pisser. Ja. 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 Schuss jetzt hier, na, mit dem Spöhnchen. So, was von Schuss hier. So, sprechen wir mal. Okay, er kann gerade nicht sprechen. Sind hier nur Feinde? Halleluja. Hm. Dann geb ich's ihnen hier Feinde. Da oben. Ja. Ach du Scheiße. Nein, jetzt weicht diese Missgeburt aus. Alter. Mach's so derby damage, oder? Aber er darf all den Ausweichen, ne? Sonst bringt man das nix. Scheiße, es ist ein Mistvieh. Ist ein Mistvieh, Leute. Höriges Drecksvieh. Das ist auch der nächste. So, heilen, 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 heilen. Mehr habe ich nicht zum Heilen. So, Schluss mit lustig hier. Pisser. Hammer. Hammer. Puh. Wie schade, man. Wow. Found your tea. Drowned in crude. I don't think the tracks leave any doubt as to who did this. It appears the tea bandit matter. He's from my body. I suppose it still craves tea as much as I do. And crude for the looks of it. Hm. I never thought to infuse crude with tea. That's actually a brilliant idea. Hey, even when you're a monster, you're in... Hey, what's that? What's crazy? wo ist das für fitzer mal aufladen wieder leute aber schon der mensch aber natürlich nicht genug wo ist denn Ja, wir haben ihn, jawohl. Oh, irgendwas ist da noch, Leute. Irgendwas ist da noch. So, wir haben es. Huh. Was haben wir denn hier? Ein Onischwert. Nahkampfwaffe. Also ich bin zufrieden mit unserer Kettensäge, würde ich sagen. Aber ich nehme es mal mit, weil da stehen wir es in Wissen. So, das nehmen wir mit. Ziehen wir sie den Tee da rein. So, wir haben den Tee. Ich rieche jetzt nicht am Tee, Toastee. Es ist Tee. Stinkt wahrscheinlich nicht. So, Teleportation und wir bringen den Tee back, dass die Dame ihren Dee hat. So, da hast du den Tee. Wir müssen da wieder durch. Wir könnten aber... Da ist die Schmiede. Jetzt haben wir es. Bevor wir da hingehen, Leute, werden wir jetzt noch schmieden. Da ist die Schmiede. Bin ich ein Drittel? So, wie geht das hier? Na, warte mal hier. Jo, benutzen. So, wie geht das? Hersteller... Oh, da muss ich sogar zahlen dafür. Null. Nehmen wir mal irgendwas, was nicht so wertvoll ist. Dann sehen wir, was das ist. Also Feuer. Das da? Moment. Man muss Feuersachen nehmen, ne? Logischerweise. Oder nehmen wir doch was wertvolleres. Dann kommt was Gescheites raus. So, Nähmungsaspekt. Schadensgift. Brauchen wir was mit Feuer, Leute. Brand. So. Jetzt haben wir hier drei Sachen. Das kostet 6.700. Schauen wir mal, was da draus wird. So. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020